Guten Morgen, YouTuber! Heute ist der grosse Kartoffeltag. Unsere zwei Fuhren hier an den Rüben entlang sind sie fast nicht mehr. Sie sind hineingewachsen. Da möchten wir heute Nachmittag die Roden. Mit dem Samro SCB. Das war die Funktion. Die Wunderung im Winter. Das ist nun ein Tier, der sich in die Häuser auf den Rüben. Das ist nun ein Tier. Das ist das Karte. Das ist das Karte. Das ist der Karte. Die Flügel ist in der Nähe von der Flügel. Die Sorte Agria Das sind die Sorte Agria Jetzt ist die Sorte Agria für diese Furche zu Ende Jetzt wird der Bunker geleert Und dann kommt eine andere Sorte Felicia oder Desiree Online Spannende Aus 2 Tricks Anste Schopen Anstatt 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Sorte Felizia. So, die Sorte Felizia, die werden hier gekitzt, um dann in dem Keller zu befördern. Ja, weil wir haben die Kartoffeln nur für den Eigenbedarf. Und ein bisschen Freunde, Verwandte mit Kartoffeln einzudecken. Das ist so zu sagen, mehr ein Hobby. Ja, es gibt eigentlich viele und recht schöne Kartoffeln. Da sollte man fast mehr haben dieses Jahr. Aber ja, wir gingen dafür in die Ferien. Ja, wir haben die Kartoffeln gar nicht runtergespritzt, dass die Stauben gingen von selber runter. So, die Sorte, das hier ist. Ja, wir haben die Kette gebt. So, das war's. So, das war's. So, das war's. So, das war der Film von gestern, wo ich Kartoffeln gerollt habe. Ich bin da früher von der Vieh-Show nach Hause gegangen. Wenn wir da abgemacht haben, die Kartoffeln, eine, zwei Formen Kartoffeln zu roden. Ich habe leider Bauer Halsi verpasst. Er kam wahrscheinlich kurz nachdem ich gegangen bin. Schade. Ich danke ihm, dass er vorbei geschaut hat. Und ich war an der Vieh-Show nicht mit Kühen anwesend. Ich war nur Zuschauer. Ich bin da nicht in der Vieh-Zucht-Genossenschaft. Es kommt uns wieder. Schade, aber so geht es. Man kann nicht immer alles passen. Gut, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Tschüss zusammen. Schade. 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 Schade.